Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Fusion Grundlage Tutorial-Reihe. Und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir hier in so einem dreidimensionalen Rohr-Börber verschiedene Gärungsschnitte einfügen können. Wie das geht, schauen wir uns gleich gemeinsam nach dem Intro an. Machen wir mal unser Beispiel. Und ich fange mal hier zuerst an mit einer Skizze. Ich mache mal das hier so in der Vorderansicht. Wichtig ist, dass wir hier in der Skizze-Palette die 3D-Skizze einschalten. Und dann machen wir einfach mal hier, fangen wir mal an, in einer Ansicht mal hier so eine Linie zu ziehen. Ich schalte mal hier wieder um auf meine 3D-Ansicht. Und jetzt sehen wir hier an der vorderen Ebene. Da können wir hier mal so Linie wegziehen und das Ganze auch ein bisschen so im Raum positionieren. Dann sehen wir hier einmal unseren Öffnungswinkel. Das wäre dann zum Beispiel, da gehen wir mal auf knapp 50 Grad. Und dann wollen wir hier auch mal nach vorne gehen. Und dann gehen wir hier auch entsprechend wieder nach unten. So. Können wir die Skizze fertigstellen. Und jetzt sehen wir, dass wir hier so einen komischen Leitungspfad haben, auch mit einem Knick drin. Und jetzt wollen wir das Ganze in ein 3D-Objekt umwandeln. Also gehen wir hier in den Bereich Volumenkörper, Hersteller, dann auf Leitung. Und jetzt können wir hier dann in unserer Leitung den Pfad auswählen. Ich wähle den mal aus. Und dann schauen wir uns hier mal zuallererst das mit einem quadratischen Profil an. Das heißt, wir haben hier praktisch jetzt ein quadratisches Profil. Und haben dann hier entsprechend dann die Gärungen mit drin. Was wir natürlich jetzt hier ein Problem haben. Durch unseren Knick müssen wir hier natürlich dann entsprechend das Vierkantrohr neigen. Das heißt, wir können jetzt hier einfach dann über den Winkel eine Schnittebene ansetzen. Sondern wir müssen also wirklich eine Ebene im Raum positionieren. Ich sage mal hier OK. Und machen wir noch kurz eine Schale mit rein, damit wir hier auch das Teil ausgehöhlt haben. 1 mm. 0,5. So. Und weisen wir nochmal unser Standardgrün zu, dass wir das auch richtig sehen. Und jetzt müssen wir hier natürlich entsprechend unseren Rohrkörper in Einzelkörper aufteilen, damit wir die dann entsprechend an der Kappsäge absägen können. So. Und wie machen wir das? Wir müssen jetzt dann hier unsere Trennebene erstellen. Deswegen gehen wir hier mal auf Konstruieren. Und sage dann hier Ebene durch zwei Kanten. Und jetzt kann ich dann hier in meinem Körper immer entsprechend hier zwei Kanten auswählen. Und dann habe ich dann jetzt hier eine Trennungsebene erzeugt. Gleiche machen wir jetzt hier dann auch. Rechte Maustaste. Wiederhole Ebene durch zwei Kanten. Da können wir uns dann den Weg oben ins Menü sparen. Am besten immer zwei gegenüberliegende Kanten auswählen. Und so gehe ich jetzt hier komplett durch das Rohr-Element oder das Rohr-Objekt durch. So. Und hier machen wir es dann auch noch. Und dann haben wir hier entsprechend schon mal unsere Trennebene erzeugt. Und jetzt zerschneiden wir das Objekt in einzelne Objekte. So. Und dazu benutzen wir hier die Funktion Körper-Teil. Und das ist halt wichtig, wenn ich jetzt hier aufschneide. Ich merke hier mal das Objekt, den zuteilenden Körper. Und dann wähle ich hier jetzt entsprechend mein Teilungswerkzeug aus. Ist natürlich wichtig, dass hier meine Trennungsebene dann nicht nochmal mein eigenes Objekt schneidet. Sonst würde ich hier auch nochmal ein Stück abschneiden. Müsste ich dann halt wieder aufwendig zusammenfügen. Deswegen, wenn hier die Gefahr besteht, dass ich hier was abschneide. Dann trenne ich es hier auf irgendeiner anderen Stelle. Dann habe ich zwei getrennte Körper. Und dann kann ich mich dann vom Größeren ins Kleinere vorarbeiten. So. Jetzt in dem Fall funktioniert es. Dann können wir das Gleiche nochmal machen. Hinter das Trennungselement auswählen. Immer das hier ausgeschnitten oder abgeschnitten. So. Hier nochmal Körper trennen. Und ausschalten. Hier die Kante mit rein. So. Und dann zum letzten Mal hier nochmal schneiden. Und jetzt haben wir hier, wenn wir jetzt in den Körper reinschauen, haben wir einzelne Körper erstellt. Können wir auch mal unterschiedlich einfärben, dass wir das besser sehen. Und ich ziehe einfach jetzt auf die einzelnen Körper meine verschiedene Farbe drauf. Und dann haben wir jetzt hier einzelne Körper. Da können wir mal einen Ausblender. Die entsprechend dann hier aufgetrennt wurden. Wenn ich jetzt allerdings ein rundes Rohr habe. Gehe mal hier zurück. Gehe mal hier einfach mal hier in der Konstruktionshistorie die Leitung nochmal aus. Und ich mache jetzt hier mal was Rundes. Machen wir das mal ein bisschen größer. Gehe mal das mal 10. So. Dann habe ich jetzt natürlich hier ein Problem. Ich fahre mal das wieder raus. Ich habe jetzt hier zwar immer noch die Trennebene drin. Aber ich sehe ja unten, ich habe vier Warnungen. Das ist ganz klar. Ich habe jetzt hier die Trennebene im Prinzip aus dem Cache erzeugt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie meinen Pfad nochmal was nachträglich ändern würde, wäre das natürlich alles hinfällig. Zweck mir müsste ich das jetzt richtig machen. Und am besten, ich lösche einfach mal alles raus. Machen wir das nochmal von Hand. So löschen wir das gerade kurz raus. Und jetzt möchte ich hier dann eine neue Ebene machen. Wenn wir jetzt hier auf Konstruieren gehen. Und ich wähle hier was aus. Dann habe ich hier ein Problem. Und zwar Ebene durch zwei Kanten. Geht hier nicht, weil ich praktisch keine Kanten habe. Ich kann keine Auswähler. Und wenn ich, es gibt noch eine Möglichkeit. Ebene durch drei Punkte. Ich habe aber allerdings jetzt hier in meinem Objekt keine drei Punkte, die ich auswählen kann. Deswegen müssen wir uns jetzt zuerst mal die Punkte erzeugen. Und dann gehen wir am besten her. Das ist jetzt der kleine Trick. Wir erstellen eine neue Skizze. Ich mache die hier mal auf der Grundfläche. So, wichtig ist jetzt hier wieder, dass ich eine 3D-Skizze habe. Und wenn man jetzt hier auf das Haus-Symbol kann, kann ich das auch entsprechend anzeigen. Und jetzt erstelle ich mir in der 3D-Skizze meine drei Punkte für die jeweilige Schnitt-Ebene. Dazu gehen wir wieder auf Ersteller. Gehen wir auf die Punkte. Wichtig ist, dass ich hier relativ nah ran fahre. Und jetzt mit der Maus zeige über die, über die, ja, über die Gärung, über den Gärungsschnitt. Und dann habe ich hier so mehrere Punkte, die ich fangen kann. Ich brauche einfach jetzt mal hier auf der Kante von den zwei Verbindungsrohren, muss man halt drei Punkte raussuchen. Kann man hier drüber fahren. Im Idealfall fange ich mir so die Endpunkte. Jetzt habe ich hier schon mal drei Punkte. Und dann gehen wir zum nächsten Rohrsegment. Gehen wir auch wieder drüber. Schauen wir uns das entsprechend hier in einer schönen Ansicht an. So, jetzt fange ich hier zum Beispiel den Endpunkt. Dann irgendwo einen in die Mitte. Drehen wir ein bisschen auf die andere Seite rüber. Und dann können wir uns hier auch wieder einen Endpunkt fangen oder halt irgendwo einen anderen Punkt. So, wichtig ist halt, die müssen nur auf den, auf dem Verbindungsreis hier liegen. So, hier fliegt da. Können wir das jetzt ganz ohne Fangpunkt irgendwie machen. So, und dann noch hier einen. Und dann habe ich hier auch drei Punkte erzeugt. Das gleiche machen wir hier. Ihr seht, also ich gehe hier jetzt ganz relativ schnell drüber. So, habe jetzt hier entsprechend das alles erstellt. Kann dann hier mal die Skizze beenden. Und jetzt wählen wir konstruieren Ebene durch drei Punkte. Und jetzt wähle ich hier mal die drei Scheitelpunkte aus. Eins, zwei und drei. Und dann kann ich hier meine Ebene erstellen. Und dann machen wir genau das gleiche wie vorher auch. So, hier wählen wir wieder unsere drei Punkte aus. Und dann haben wir die Ebene erstellt. Und nochmal. Und dann sehen wir auch, das geht relativ zügig. Da kann ich jetzt, hier wird jetzt mehrere gemacht. So. Und zum letzten Mal. So, und dann können wir das Teil hier auch wieder aufschneiden. Gehen wir auf Körperteile. So, hier mal den Schnitt. Okay, hier unten passt es. Okay. Und dann haben wir hier das auch aufgeschnitten. Kurz eine andere Farbe nochmal zuweiser. Und so können wir das natürlich hier auch mit Runde-Elemente machen. Also machen wir noch hier den Körper ab. Und ja, viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachmachen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.